Halli Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei CGTV, dem einzig wahren Seher hier auf YouTube und wir sehen uns mal wieder eine neue tolle Reaction an und werde das Thema gedacht, es geht wieder Ushoyoka und das ganze Tobao drumherum. Es flacht nicht ab, es flacht wirklich nicht ab, es ist wirklich geisteskrank und die Fronten fährten sich und man sollte trotzdem sagen, eigentlich sollte man aufhören damit, andererseits, es ist irgendwo halt doch irgendwie RTL TV und das müssen wir einfach anschauen, es geht nicht anders, wie ein Autounfall, das musst du einfach anschauen, obwohl du, wobei ne, beim Autounfall, da hilft man übrigens, nicht nur anschauen, man hilft. Einfach nur, da man etwas Gutes gesagt, man hilft, wenn man sieht, dass jemand einen Autounfall hatte, das wäre mein Statement. So, aber neueste Video vom, nee, das ist nicht das neueste, sondern das vorneueste, das kam vor drei Tagen hoch, wie hessend Liv Lloyd, TJ und die Vogue Bubble Shoyoka verteidigen. Gucken Talks 854, natürlich ziehen wir uns das mal rein, übrigens, beste Thumbmail, oder? Schon richtig, einfach nur professionell, würde ich sagen. Bin ich immer neidisch, ich schaffe meine Thumbmails nie so gut. Irgendwie, mir fehlt das gewisse etwas, ein bisschen, aber wenigstens tue ich Thumbmails machen, für einen Uncut-Kanal bis jetzt aktuell, kann man das eigentlich schon akzeptieren, oder? So, wir starten gleich erstmal, die Musik geht aus. Jo Freunde der Belästigung, dass Shoyoka Skrulls vorgeworfen hat, dass er sie während der Gamescom belästigt hat, ich denke, das muss ich euch nicht erklären, das haben wir schon. Ja, das hatten wir schon hundertmal, genau. ... und etlichen Videos durchgenommen. Während ich im letzten Video komplett auf Freiraumree gegangen bin, die die ganze Zeit gegen uns gehetzt und gelogen hat, geht es heute einfach mal allgemein... Für Popcorn! Habe übrigens da ein Short hochgeladen und habe das natürlich dann auch im Twitter-Forum so reingepostet. Plötzlich habe ich ziemlich viele Dislikes bekommen. Das war offensichtlich ein Scherz. Und es ist nicht mal ein bösartiger Scherz. Wenn man das wirklich nicht versteht, dann hat man das wohl nicht verstanden. Es tut mir fett sorry. Komisch war es ja das Video zur Equalist. Ey, Alter, für meinen Kanal, für meine Reichweite absolut viele Reaktionen dazu. Also von... Reaktionen halt von Likes und sowas. Und da dachte ich mir so, okay, irgendwas ist schiefgelaufen. Das andere habe ich kommend schon jetzt nicht auf Twitter hochgeladen. Hm. Liegt da ein Zusammenhang? Ich weiß ja nicht. ...allgemein um die Bubble und darum, wie schlecht sie versuchen, Shoyoka zu verteidigen. Man muss aber auch sagen, nicht jeder aus der Bubble, in Anführungsstrichen, versucht zu verteidigen. Es sind nur paar, die man jetzt halt als Referenz nimmt. Das ist halt unangenehm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich alle, die sozusagen dieser Richtung angehören, so denken. Das würde ich niemals abkaufen können. Das ist halt pauschalisiert. Das finde ich schade. Das braucht man halt. Es ist nicht die Bubble mit allem, die einstimmig dafür sind. Ich glaube, die meisten tun einfach da nicht wirklich viel, die sich äußern. Die meisten halten sich zurück, sie sehen das Ganze und werden dasselbe, aber tun keinen Kommentar setzen. Und die, wo halt Kommentare setzen, haben halt so viel Reichweite, dass das halt absolut der Fokus gilt. Und dann haben wir das Problem, es wird pauschalisiert. Und das glaube ich einfach nicht, dass das alles sind. Never. Unter anderem hier mit dabei auch TJ und vor allem LeFloid. Vorher aber die Frage, gab es eigentlich eine Reaktion von Freiraum Reh auf mein Video? Ja, die gab es tatsächlich. Und zwar ein paar Instagram-Stories, die ich euch hier einfach mal zusammengefasst habe. Ich habe nichts davon gesehen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Weißt du, was ich das Witzigste an der ganzen Geschichte finde? Es sind ja wahrscheinlich schon sehr viele Insels drunter, die mir gerade schreiben. Ja, natürlich verpasst. Klar. Übrigens, ich habe inzwischen auch gelernt, was das Wort Insels bedeutet. Ich wusste das eine ganze Zeit lang nicht. Jetzt weiß ich es. Schön, dass man pauschalisiert, dass eigentlich im Grunde das nur Männer sind, die keine Frauen haben. Das war doch Insels. So habe ich es definiert, oder? Also so war die Definition davon. Schon unangenehm, wenn ich mir überlege, dass trotzdem einige davon eine Beziehung haben. Einige, nicht alle. Und es macht übrigens auch, also diese Meinung macht es ja nicht weniger wert, nur weil man Single ist. Also, ich weiß nicht, was daran so wichtig ist. Und die Frage ist, sind alle, die aus der Bubble kommen, auch vergeben? Oder wenn sie Insels sind, haben sie dann weniger eine Meinung und dürfen uns eigentlich auch nicht sagen, weil die Meinung dann nicht mehr so viel Wert hat? Oder wie ist es da? Das würde mich mal interessieren. Ne? Also, jetzt hier, keine Ahnung, LeFloid, wir haben TJ und wir haben jetzt Tilde Flosse, der fällt mir gerade einfach sofort ein. So als männliche Charaktere. Und die verteidigen ja Shuyoka auf die eine oder andere Art und Weise. Das sind, ich weiß nicht, ob sie vergeben sind, aber wenn jemand davon nicht vergeben ist, ist es im Grunde ein Insel. Also, ist deren Meinung dann nicht mehr so viel wert? So wie bei allen anderen? Weil dann wäre es wenigstens gleichberechtigt und verteilt. Könnte man das noch sagen, okay, es ist zwar viel zu viel pauschalisierter, aber dann wäre es wenigstens gleichberechtigt. Für alle Insels. Passt du nichts. Man bräuchte ja auch minimale Selbstreflexion, damit ein kritisches Video auch irgendwie seine Wirkung entfalten kann. Und dass du das nicht besitzt, das wissen wir alle. Ich finde es trotzdem ziemlich traurig, dass sie gegen uns lügt und hetzt und immer so tut, als wäre sie für offenen Diskurs und man muss miteinander reden. Aber wenn man dann mal ein sachliches Kritikvideo gegen sie macht, dann heißt es einfach so, ach, da verpasse ich nichts, da gucken wir gar nicht rein. Wir streamen am Sonntag einfach ganz normal weiter. Oder man ist halt einfach getiltet bezüglich einem Popcorn-Emote. Dann, dann, äh, ganz ehrlich, wie gesagt, sorry, aber wenn man so schnell wegen einem Popcorn-Emote an die Decke geht, ist grad aktuell keine gute Phase, um irgendwas Klärendes zu suchen. Also, also Real Talk. Du kannst dann mit der Person doch gar nicht mehr grad logisch und sachlich debattieren. debattieren, das funktioniert doch nicht. Meine Güte, also, oh. Deswegen, wenn ihr seht, dass sie am Sonntag streamen, könnt ihr wirklich höflich, also wirklich nett, einfach mal fragen, ob sie vielleicht doch auf die Kritik eingehen könnte, weil... Sonntag ist vorbei, da war ich am Fest. Ja, wer kommt auf die Idee, Sonntag am Fest zu haben? Eine Fresse. ...ist ja schon ein wichtiges Thema mit der Belästigung und der Hetze, die sie so in den Raum gestellt hat. Dazu würde mich auch interessieren, wie sie darauf kommt, dass die meisten Kommentare von Incels geschrieben sind, also von Männern, die unfreiwillig keinen Sex haben, da die... Achso, unfreiwillig keinen Sex, Entschuldigung. Unfreiwillig keinen Sex. Hört sich an wie Single-Beziehung. Entschuldigung, ich hab's... Ähm... Aber trotzdem macht meine Aussage irgendwie trotzdem Sinn, oder? Und warte mal, was ist der Unterschied zwischen... Also, unfreiwillig keinen Sex, das heißt im Grunde, keine Frau oder Mann lässt sie ran. Aber wenn sie freiwillig auf Sex verzichten, hä? Also, wenn du Single bist, dann kannst du maximal hoffen, dass jemand dich sehr, sehr mag, oder das älteste Geschäft der Welt besuchen. Die zwei Möglichkeiten hast du. Also, hä? Ich verstehe die Definition nicht, warum das dann so einen Unterschied macht, als für die Meinung, meine ich. Einfach nicht bei Frauen ankommen. Erstmal verstehe ich die Beleidigung nicht, weil einige Männer leiden ja wirklich darunter. Also, findest du das einfach lustig, wenn Leute leiden? Außerdem stellt sich auch die Frage, woher weißt du das? Also, hast du die gefragt, oder behauptest du das einfach nur, um gegen unsere Community schießen zu können? Nein. Sie hat Ordner über jeden Menschen der Welt. Sie hat einfach Skiros gesehen und dachte, oh ja, jetzt fang ich auch mal Ordner über jeden Menschen der Welt zu suchen. Und sie weiß ganz genau, wer da von Insels ist. Also, ist doch klar. So, bitte. So weit muss man doch denken. Bim. Also, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass du nicht sachlich bleibst. Ach ja, und Monte meinte, ich habe schlecht recherchiert, weil ich folgenden Hot Take, den Freiraumreh gegen mich geäußert hat, nicht in mein Video genommen habe. Also, Volksverhetzung. Ach so, ja, er ist verurteilt wegen Volksverhetzung. Er ist verurteilt, ne? Er hat einen Prozess und ist verurteilt worden wegen Volksverhetzung. Ist das korrekt? Nur, das wird es nochmal richtig stellen. Gibt es auch irgendwie Volksverhetzung, noch vergessen, aber nur kurz davon gehört. Und du hast von Tobias Hoch gesehen. Gibt es irgendwo die Anstellung von anderen Frauen? Und er meint ja nein. Und seine ViewerInnen stört es auch nicht. Nicht, so wundert man mich auch nicht, dass er sich auf die Seite von Flask gestellt hat. Naja, er hat sich nicht gestellt, er hatte nur etwas glaubwürdiger gefunden. Gestellt ist was anderes, also Leute. Ja, also, um das richtig zu stellen, hätte man vielleicht nicht einfach nur sagen sollen, dass ich wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, sondern dass ich in Revision bin. Das sagt sie später noch ganz kurz, da war sie aber nicht so glücklich drüber. Und dass ich vielleicht nur verurteilt bin, weil ich gesagt habe zu einem Witz, der ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht wäre für eine Einordnung jetzt gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber gut, dann kann man das nicht mehr als Kampfbegriff benutzen. Also kann ich natürlich verstehen, dass dir das Framen gegen andere wichtiger ist, als wirklich bei Fakten zu bleiben. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass Freiraum Reh vielleicht darauf reagiert, weil das, meine Freunde, oh mein Gott, Digga, dann ist wirklich komplett vorbei. Beispielsweise den momentanen größten Dulli auf YouTube und zwar LeFloy. Der hat so eine News-Sendung, die deutlich schlechter ist als die Cake News und da hat er auch darüber berichtet und sagt unter anderem folgendes. Shurioka behauptet seit einer Ewigkeit schon, Skiros hätte sie und andere Streamerinnen... Shurioka erklärt in einem Stream, dass gegen den Casino-Streamer Vorwürfe der sexuellen Belästigung im Raum stünde. Diese würden in der Gamescom auch im vergangenen Jahr bis 2017 betreffen. Er soll dort Frauen, darunter auch Shurioka, selbst belästigt und ihnen in den Ausschlag gefilmt haben. Und Quelle in Game.de Alles klar. Wäre die Quelle nicht viel besser gewesen, so etwas, was wirklich von jemandem kommt? Weil sexuelle Belästigung hatten wir eigentlich gerade erstmal wieder rausgenommen. Auf einer Gamescom vor Jahren sexuell belästigt ist ihr auf unangenehmste Art und Weise näher und auf die Pelle gerückt und ist ihr nicht nur eben auf die Nerven gegangen, sondern hätte ihr beispielsweise auch in den Ausschnitt gefilmt, all solche Sachen. Also das ist einfach schon falsch. Er ist hier auf unangenehmste Art und Weise auf die Pelle gerückt und solche Sachen sind einfach schon mal falsch. Wo ist er ihr bitte auf die Pelle gerückt, also wirklich richtig nah gekommen? Shurioka selber hat in ihrem Statement nur gesagt, dass er halt unangenehm gewesen... Es kann sein, dass natürlich in Game ganz andere Quellen hat, so Insider-Quellen. Das würde ich jetzt auch einfach mal, kann man auch sagen. Könnte ja sein. Oder sind es aus den anderen Tweets, aber ich glaube, ich habe das auch nicht gelesen irgendwo. ... ist, weil er ihr ins Dekolleté gefilmt hat. Also hier erfindet er einfach Sachen dazu. Noch ekelhafter ist allerdings der Grund, warum Skoros wahrscheinlich der Täter ist. Macht Skoros sowas? Nun, vielleicht, er ist ein absoluter Vollidiot und gibt einen Fakt auf sowas. Was soll diese Diskussion? Ah, ein Mensch, der gegebenenfalls schon sehr oft schlecht vorgekommen ist, vielleicht auch für die viele sehr, sehr unsympathisch sein kann, ist automatisch der Täter. Irgendwie, also dafür, dass ich eigentlich in der Freude zumindest so eigentlich gar nicht so schlecht einschätze, finde ich diese Aussage ja doch schon ein bisschen weird. Aber ich bin ja auch, bleib sachlich. Man kann jemanden sympathisch finden und trotzdem widersprechen. Man kann ihn unsympathisch finden und trotzdem diesen Zuspruch geben. In dem Fall mache ich genau das. Ja. Ach so, Skoros wird also höchstwahrscheinlich der Täter sein, weil er ein Vollidiot ist und weil er einen Fick darauf gibt. Also inwiefern gibt er denn einen Fick auf sexuelle Belästigung? Hast du da irgendwelche Belege für, weil so nehme ich ihn ehrlich gesagt gar nicht wahr? Oder ging es dir einfach nur darum, Rufmord zu betreiben? Das Ganze macht er übrigens später nochmal genauso schlecht. Wenn da irgendwie über sechs Stunden sich mehrmals begegnet wurde und er da irgendwelchen Leuten in den Ausschnitt gefilmt hat, dann ja, traue ich ihm zu, dass er das getan hat. Warum? Weil er Skoros ist. Klar. Schön, dass er es zutraut. In dem Fall kann er aber sagen, es war seine Meinung. Da kann man keinen Rufmord machen, das war seine Meinung. Das davor war auf jeden Fall nicht mehr Meinung. Aber das war jetzt die Meinung und die ist halt so schlecht begründet. Wow. Einfach wow. Warum ist es so schlecht begründet? Weil. Ihr versteht. Ihr versteht schon, was ich meine. Ja, weil er Skoros ist, ist er auch höchstwahrscheinlich der Täter. Herr Richter, bitte stecken Sie ihn endlich mal in den Knast. Das Ding ist halt, Skoros ist ja in der Vergangenheit noch nie wegen solchen Sachen aufgefallen. Dann könnte man vielleicht sagen, ja okay, ist nicht weit hergeholt, wenn er das schon fünfmal gemacht hat. Aber das ist ja einfach nicht der Fall. Also hier merkt man einfach, dass er negativ gegen Skoros eingestellt ist und deswegen gegen ihn hetzen will. Tolle, objektive News auf jeden Fall. Du hast genau das richtige Format für dich ausgesucht. Wollt er objektiv bleiben? Also wollt er objektiv sein oder ist es einfach nur für ihn die News und die tun das objektiv berichten? Also hat er das schon mal gesagt, das ist jetzt die Frage. Wollt er wirklich immer objektiv bleiben? Du kannst ja auch News machen, die du selber so auch noch so deinen Wert reingest. Könnte ja sein. Dann würde es wenigstens nicht mehr so falsch dastehen. Es war ja seine Meinung zum Teil. Schlechte Meinung. In meinen Augen. Ist ja meine Meinung. Genauso dumm argumentiert er übrigens auch weiter. Warum ist dieser Versuch, sich da irgendwie reinzuwaschen von Skoros so wahnsinnig peinlich? Nicht nun, weil er sich hier auf dem zwei bis drei oder dreieinhalbminütigen Ausschnitt aus einem Vorfall über mehrere Stunden. Naja, das war ja anfangs darauf bezogen. Oder nicht? Und außerdem hat er gar keinen Grund, sich reinzuwaschen, weil er wird beschuldigt. Er muss gar nichts beweisen. Also war das, was er gemacht hat, immer noch besser als Personen, die ihn halt so geframed haben damit. Da war es dann zwei, drei Minuten immer noch der heilige Gral. Wenn es davor imaginär war. Ist auch wohl, laut Aussage Schoryukas und laut Aussage von Zeugen, bei dem es auf jeden Fall quasi über einen ganzen Messetag, also... Aber schön, dass er selber sagt Zeugen, ist mir auch nicht sicher. Bei etliche Stunden zu mehreren Begegnungen gekommen sein soll, bei denen mehrere Dinge vorgefallen sein sollen, bei denen auch mehrere Aufeinandertreffen dann echt nicht mehr so glimpflich abgelaufen sein sollen, wie eben dieses Treffen, das er zeigt. Ach so, es gab Zeugen von dem Vorfall? Ja, das ist ja krass, weil das wusste weder ich, noch Skruss, noch Schoryukas. Das ist ja heftig, also um welche Zeugen geht es denn da und was sagen die denn? Also das habe ich ja ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen, dass die existieren. Und ja, Schoryukas behauptet, dass es mehrere Treffen gegeben hat, aber das ist überhaupt nicht bewiesen oder belegt oder sonst irgendwas. Also man weiß gar nicht, ob das der Fall gewesen ist. Ich finde es lustig, dass er sagt, dass Skruss das mit dem Clip ja gar nicht bewiesen hat. Aber wenn Schoyukas einfach schreibt, dass es mehrere Treffen gegeben hat, dann ist das natürlich wahr, weil gegen Schoyukas hat er ein bisschen weniger als gegen Skruss und deswegen ist natürlich auch klar, wer recht hat. Genau on point, genau on point. Bitte. Ganz ehrlich, es ist schön, wenn man so einfach etwas zerlegen kann. Das ist immer wieder ein Geschenk. Ich sage es immer wieder. Manche Leute bringen Videos raus und das ist ein Geschenk, weil du kannst es ganz gemütlich auspacken. Und das ist nicht tausendmal mit irgendwie Teaser zugeklebt. Du ziehst an der Schnur und das Paket geht auf. Das war ja so einfach jetzt zu widerlegen. Also bitte. Das sind Geschenke. Meine Güte. Bruder, stellt euch mal vor, LeFloid wäre Richter. Ach du meine Güte. Das Schlimmste, was er allerdings sagt, ist das, was er zu mir und wahrscheinlich auch durch die Blume zu Monte und so weiter sagt. Seine Skruss und Andrew Tate Fanboy-Brüder wie, was weiß ich, KuchenTV und die ganzen anderen peinloh. Wir sind Männer, aber haben einen kleinen und sind deshalb ultra fragil in unserer Männlichkeit. Oh Gott. Die ganze Bubble rennt ihm jetzt jedenfalls hinterher und feiert ihn. Also er, es ist so unangenehm gerade gewesen. Der Take war richtig, richtig unangenehm. Ähm, wie war, sagt die Bubble immer gerne, Hot Take, nur weil du etwas kritisierst oder anzweifelst, hast du keinen kleinen. Das sagt man nicht. Ich weiß nicht, woher du sonst irgendwelche Informationen hast. Oder ich mach mir Sorgen, ich glaub, ich sollte mal in die Dusche schauen. Ich glaub, der hat bei mir ein bisschen zu viel abgeschaut. Scheiße war's. Ja, ich weiß, in dem Fall geht es ja um andere. Ich, ich wollte mal auf einen Witz kommen und so. Fandet ihr es witzig? Ich glaub nicht. Keiner findet das witzig. Erstmal muss man eine Sache klarstellen. Acht Zentimeter sind gigantisch. Acht Zentimeter sind wirklich riesig, meine Freunde. Da fällt mir eigentlich, jetzt müsste ich eigentlich den Clip haben von How High. Hm, ich hab ganz sehr harte fünf Zentimeter für dich. Wer kennt den Film How High? Bitte, einmal in den Kommentaren. Das würde mich echt rasend interessieren. Ein sehr, sehr unentdeckter Film. Also nicht viele kennen den. Ich hab auch bis jetzt echt wenige Leute kennengelernt, aber ein legendärer Film. Er ist total schlecht. Aber der legendäre Film, ja leider. Ach Schatz, den müssen wir mal wieder zusammen anschauen. Du, ich, ein Bierle und diesen Film. Aber warum bin ich denn jetzt bitte ein Andrew-Tate-Fanboy? Bei Filmkenntnissen bin ich Experte. Sagte der, der keinen Herr der Ringe angeschaut hat, der keinen Hobbit angeschaut hat, der keinen Star Wars angeschaut hat, der, ich glaub auch, keinen Matrix angeschaut hat. Ich frage mich, hast du einen Fernseher? Es ist so unangenehm, wie viele große ... Aber Harry Potter hast du angeschaut? Boah, Matrix 1 hat doch nur gesehen. Boah. Alter, Harry Potter? Ich müsste echt mal eine Liste für dich machen, welche Filme du noch nicht angeschaut hast. Und jedes Mal, und dann machen wir Wetten. Wenn wir die Wetten, wenn ich gewinne, dann musst du dir die alle antun. Und wenn ich verliere, muss ich halt irgendwas, keine Ahnung, ein Buch lesen. Ja, ich weiß, grausam ich und Buch lesen, meine Frasse. Ich habe mich, wenn überhaupt, in Videos und Streams immer nur negativ zu Andrew Tate geäußert. Ich habe noch nicht ein einziges Mal positiv über ihn geredet. Ich kenne den Kerl nicht, ich habe auch keine Meinung zu Andrew Tate. Also, ich habe irgendwas mitbekommen, aber ich habe selber nichts geprüft. Deswegen kann ich auch keine Behauptungen dazu aufstellen. Ja, durchaus. Ich finde Matrix 1 scheiße genug, um mir den Rest nicht auch noch antun zu müssen. Und Harry Potter habe ich alle gesehen, sogar gelesen. Ah, das war ja klar. Das hast du gemacht und mein Gewinnspiel ist noch aktiv. Ja, geil. Macht gar keinen Sinn. Aber Harry Potter hat er ... Wow. Alter. Warum bin ich ein Fanboy von ihm, hä? Auch das mit dem Geschlecht verstehe ich nicht so ganz. Hier wieder das Gleiche. Ich habe schon in tausend Videos gesagt, dass mir mein Geschlecht vollkommen egal ist. Ich bin als Mensch einfach wie ich bin, vollkommen egal, ob Mann oder Frau. Und was das Ganze mit meiner Penislänge zu tun hat und wie du darauf kommst, dass er klein ist, das weiß ich nicht so ganz. Na, wobei, hat dir wahrscheinlich deine Frau erzählt, wa? Aber du hast wirklich Glück, denn ... Sorry, aber ganz ehrlich, das ist nur der Rückkonter. Also, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von diesen Witzen. Floyd hat ja jetzt gerade ein bisschen provoziert damit, meiner Meinung nach. Und er hat ja, wie gesagt, er hat den Kuchen davor erwähnt, also war das schon eine Provokation. Also mit einer Antwort muss man rechnen, selber schuld. Obwohl ich überhaupt kein Fan davon bin. Ich hätte drüber gelacht. Wenn man halt auf körperliche Eigenschaften gehen muss, weil man keine guten Argumente hat. Ich finde, das ist schon Blamage genug. Mit oder ohne seiner Frau. Also, bin ich bei dir mit Matrix, kann man mich auch hören. Ach, so bekomme ich dich aus der Wohnung. Oh, perfekt, ich koche mir mal eine Trilogie. Trilogie, genau. Trilogie. Dam, 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 dam. Skurrus hat mir zufälligerweise deine Adresse geschickt und, naja, ich sag mal so, du kannst ja da mal einem Anwalt erklären, warum ich ein Endotate-Fanboy bin, weil das würde mich auch brennend interessieren tatsächlich. Wer ebenfalls wieder Müll gelabert hat, ist TJ, allerdings wundert uns das ja nicht wirklich. Der hat unter anderem nämlich das hier gesagt. Aber ich muss halt von meiner persönlichen Meinung sagen, dass ein Skurrus gerade leider echt ein bisschen glaubwürdiger wirkt. Diese Person wirkt gerade glaubwürdiger. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Tatsache, dass jemand Rufmord begeht oder die Tatsache, dass jemand sexuell belästigt wird. Oh, warte mal, doch. Ich finde die Tatsache, dass jemand sexuell belästigt wird, viel, 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 viel schlimmer. Deswegen sollte man eigentlich sagen, schön, dass es lieber Rufmord ist. Hätte ich jetzt gesagt. Oder? Was meint ihr? Welches Übel würdet ihr eher in Kauf nehmen? Beides ist übrigens keine gute Sache. Aber sagt man ja immer. Pest oder Cholera. Muss man von mir geben. Warum leider? Ja, okay, Skurrus hat natürlich schon einige Takes gebracht, die ihn sehr unsympathisch darstehen lassen. Früher gar keine Frage. Aber warum leider? Würdest du dir also lieber wünschen, dass ein Fall der sexuellen Belästigung sich als wahr rausstellt? Alter, warum? Warum reagiere ich drauf? Alter, Tim sagt mir alles nach. So ein Scheiß. Statt, dass es gelogen ist. Also das musst du uns mal erklären. Oder auch das hier. Es bringt aber auch nichts, einen Skurrus jetzt hoch und heilig zu loben und in den Himmel zu heiligen. Weil es ist immer noch dieser Skurrus hier. Free Andrew Tate. Ey. Wart mal. Die Gamescom hat aber trotzdem... Das war nicht einseitig. Das mit der Gamescom. Das muss man sagen. Das war echt nicht einseitig. Und das Free Andrew Tate, für mich kommt es schon trotzdem irgendwie Trolling rüber. Aber ganz ehrlich ist mir aber auch scheißegal. Ich betrachte das Ganze nur in diesem Fall. Und dieser Fall ist doch eindeutig bis jetzt. Alles andere, was davor und danach interessiert mich danach auch nicht. Ganz ehrlich ist es einfach so. Ich werde nie, 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 nie ein Fan vom Skurrus sein. Kann ich dir sagen. Werde ich nie. Nie. Und übrigens gilt das auch für Syrioka. Aber auch nie ein Fan. Sie können sich besser. Dann denke ich nochmal anders drüber. Aber aktuell zum jetzigen Zustand. Wenn sie nicht selber reflektieren auch. Und vielleicht auch ein bisschen zurückrudern. Was auch immer. So lange werde ich nie ein Fan sein. Man kann sagen, okay, man schaut es an. Man kann respektieren. Man soll so, dass sie jeden Menschen respektieren. Aber so, Fan. Nee. Nada. Aber in dem Fall muss ich jetzt auch schon wieder sagen. Da die Hälfte hat gefehlt. Und das andere wirkt wie ein Troll. Also, ganz ehrlich. Das wirkt echt wie ein Troll. Auch wenn er glaubt, dass er es ernst gemeint hat. Das mit Free-End-O-Date. Ich glaub, das hat er ernst gemeint. Bin mir aber da gerade eigentlich nicht sicher. Ich bin gespannt, wie die ganze Story weitergeht. Was heißt denn hier in den Himmel loben? Ich meine, er hat sich gut verteidigt. Und sammelt halt gerade Sympathiepunkte. Ist doch ganz normal. Ja, das hat man aber. Das wollte eigentlich wahrscheinlich trotzdem keiner. Aber im Grunde hat er jetzt das Beste draus gemacht. Also, das war schon irgendwo ein schlauer Move. Aus einer schlechten Situation das Beste draus zu machen. Mhm. Was ich viel lustiger finde, ist, dass er den Clip von der Gamescom zeigt. Das ist nämlich ziemlich populistisch. Denn im Grunde möchte er aussagen, guckt euch diesen Skurrus an. Der hat während der Gamescom einfach Tanzverbot beleidigt. Und den findet ihr gerade cool? Das Komische ist, dass er gar nicht das ganze Video zeigt. Denn ja, Skurrus hat beleidigt. Aber was hat denn Tanzverbot vorher gemacht? Oh nein, Skurrus hat zurückbeleidigt, nachdem er beleidigt wurde. Also wirklich, wie könnt ihr den noch feiern und verteidigen? Ehrlich, das geht überhaupt nicht. Richtig faire Berichterstattung, TJ. Das hast du toll gemacht. Mindestens genauso lächerlich ist unser guter alter Tilted Floste. Der hat nämlich ein Solidaritätsvideo hochgeladen, wo wir uns einfach nochmal ganz kurz den Anfang angucken, damit ihr das ungefähr einordnen könnt. Heute sprechen wir über ein Thema, was uns alle betrifft. Ob wir es wollen oder nicht. Wir sprechen über Solidarität, Respekt und die Würde jedes Einzelnen. Was... Ich habe ein paar Aussagen schon von Tilted Floste gesehen. Solidarität gebe ich jetzt noch kein Statement dazu. Respekt, ja. Respekt heißt, du redest mit dem Menschen respektvoll. Du bleibst auf einer Ebene, auf einer sachlichen Ebene. Und sobald du blockierst, nur weil du keine Punkte mehr hast. Wie gesagt, wenn dich jemand beleidigt, absolut in Ordnung mit dem Blockieren. Aber sobald dich Leute blockieren, die du noch nicht mal Berührpunkte hattest, ist da schon mal ein Respekt relativ niedrig. Zum Beispiel ein paar aus der Szenerie. Was war das andere? Respekt und... Scheiße. Oder nicht? Wir sprechen über Solidarität, Respekt und die Würde jedes Einzelnen. Die Würde jedes Einzelnen ist halt, die Meinung nicht abzuerkennen und auch die Meinung des anderen zu respektieren. Bei Solidarität, absolut ganz ehrlich, die ganze Thematik, dass die Leute trotzdem hinter Shoyoka stehen, obwohl sie keine Beweise haben, fände ich in Ordnung. Solange sie aber auch akzeptieren, dass sie keine Beweise haben und sie nicht absolut unnötig verteidigen. Du kannst sie gerne wirklich für dich auch so immer sagen, hey, ja, ich stehe hinter ihr. Auch wenn sie das gelogen haben sollte, kannst du immer noch hinter ihr stehen. Und auch wenn sie die Wahrheit sagt, aber nicht beweisen kann, kannst du immer noch hinter ihr stehen. Vor allem, er ist dran recht, ne? Aber das hat trotzdem nichts damit zu tun, dass du alle anderen Meinungen nicht akzeptierst. Die Wahrheit, also wirklich die Fakten, ignorierst und das vehement, das ist weitaus mehr als Solidarität. Das ist einfach nur blindes Hinterherlaufen. Das ist leider nur blindes Hinterherlaufen. Ganz einfach. Wenn du die Fakten ignorierst, ist das blind. Es ist leider so. Es tut mir leid. Freundschaft ist schön und so soll es auch sein. Bleibt dabei. Aber nicht blind, bitte. Nicht, nicht blind. Kritisiert vor allem eure Freunde. Genau das ist eigentlich das Richtige. Einen Bekannten bleibst du respektiert, höflich distanziert. Einem Freund kritisierst du auch mal, weil du willst das Beste für ihn. Ich habe Angst, dass ihr gerade den Föhn hört. Mein Schatz föhnt gerade die Haare. Hört ihr das? Ja oder nein? Was macht der eigentlich mit seinem Kopf? Der bewegt ihn die ganze Zeit so nach links und nach rechts. Junge, das ist voll anstrengend, Alter. Aber Vorsicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vorsicht. Mit Respekt gegenüber Menschen meinen sie natürlich nur den potenziellen Opfern. Scrooge und so weiter sollte man gar keinen Respekt entgegenbringen. Der ist einfach der Täter, wenn das gesagt wird. Ja, also nur, dass ihr das auch richtig verstanden habt. Das sagen aber nicht alle. Also gleich vorab, ich glaube, das sagen, also ich habe es jetzt nicht irgendwo schriftlich, aber zumindest nicht alle werden sofort sagen, nee, der ist auf jeden Fall schuldig. Viele sind auch etwas zurückhaltender. In Twitter hat man ja jetzt gerade ein paar Beef-Sachen mitgesehen und vielleicht kenne ich auch inzwischen schon ein paar durch die ganze Sache in Twitter, weil ich irgendwie bei ein paar Kommentaren mit dabei bin, falls ich noch nicht blockiert wurde. Liebe Shoyoka, danke. Was daran jetzt lustig ist, er hat sogar kurzzeitig die Kommentare deaktiviert gehabt und hatte sich bei Twitter auch darüber beschwert, dass das Video alle auf die Shoyoka-Thematik beziehen, obwohl das ja ein allgemein gehaltenes Video ist. Was jetzt daran lustig ist, naja, bei Finesi im Stream hat er selber gesagt, dass er ein Solidaritätsvideo zu Pia macht, aber sich noch nicht sicher ist. Ja, und das ist halt dieses... Das Video habe ich sogar gesehen von Finesi. An den Kommentaren habe ich nicht gesehen. Solidaritätsvideo. Natürlich bezieht das jeder darauf, weil du halt auch 100 Tweets vorher gemacht hast über diese Thematik, wo du dich verteidigt hast. Hm, wie können das die Leute nur darauf beziehen? Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, nachdem du selber gesagt hast, dass das Video im Grunde für Shoyoka ist. Endlaser ist auch dieser Tweet hier. Skurros hätte einfach einen Tweet oder so schreiben können. Sorry, Shoyoka, wenn dir das wie Belästigung vorkam, war nicht meine Intention. Nein, er geht Full Drama und zieht mit der Armee der Insel los, um eine Frau zu attackieren. Getroffene Hunde bellen. Okay. Sehr guter Kommentar. Mhm. Wenn du etwas vorgeworfen bekommst, was du nicht gemacht hast, sagt keiner Entschuldigung. Also, wie gesagt, wir sind jetzt gerade auf dem Statement, er hat es nicht gemacht, sie hat Rufmorg begangen, weil die Faktenlage so spricht. Sei es darum, wie es wirklich passiert ist, wir können es ja nie wissen, schlussendlich. Außer wir haben das ganze Video und das wäre eindeutig, dass hier nicht rausgekattet wurde, auch nicht zwischendurch unterbrochen oder nichts. Dann wäre das schon eher eindeutig, dass er hier wirklich nichts gemacht hat. Würde sich denn jemand entschuldigen, wenn er keinen Fehler gemacht hat? Ich weiß auch nicht. Das klingt irgendwie realitätsfern. Also, ich habe mich mal vielleicht entschuldigt, wenn mein Bruder was kaputt gemacht hat, wenn ich gerade in der Nähe war und wollte ihn jetzt schützen, weil er geheult hat. Das würde man vielleicht machen, weil Familie und so. Aber so insgesamt würde das doch kein Mensch machen, wenn es absolut nicht notwendig ist. Oder wann habt ihr das letzte Mal so selbstlos euch geopfert und euch entschuldigt für etwas, was ihr nicht gemacht habt? Bitte in die Kommentare, ich möchte gerade Sorry sagen. Denn schon, denn schon. Okay, also erstmal getroffene Hunde bellen. Das heißt, jeder, der sich irgendwie zu Kritik oder sonst irgendwas äußert, ist immer auch getroffen und automatisch der Täter oder was. Hau, natürlich. Was? Wie kann man so eine dumme Meinung haben, ehrlich? Aber auch ansonsten ist der Tweet einfach klug. Hä, warum geht der nicht einfach Dinge zu, die er nicht gemacht hat? Das macht ja gar keinen Sinn, dass er dagegen vorgeht. Sie hat dann übrigens noch darunter kommentiert, dass man nur kommentieren soll, wenn man sachlich bleibt und sie dann auch sachlich darauf eingeht. Naja gut, dann gucken wir uns mal die sachlichen Antworten vorne an, oder? Oh, ich kenne den Ursprungstwitter, aber ich habe den nicht durchgelesen komplett. Weil ich dachte mir schon, mit der Meinung wird das schon schwierig, da ruhig zu bleiben. Wobei im Grunde, ich reg mich ja nicht auf. Also ruhig zu bleiben, von wegen, die Leute werden da nicht ruhig bleiben und vor allem nicht sachlich. Jemand hat kommentiert, ich entschuldige mich auch immer dafür, öffentlich diffamiert zu werden. Ihre Antwort, wow, 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 wow. Darauf hat er dann nochmal sachlich geantwortet. Wow. Das ist cool, was ihr, das ist alles, was ihr könnt. Ihr denkt, ihr seid cool und schlagfertig, checkt aber nicht, dass jeder außerhalb eurer Bubble absolut über euch lacht und euch verspottet. Ja, das fand ich jetzt schon nicht mehr so sachlich. fragt sich doch mal, warum jeder in eurer Bubble-Depression hat, weil ihr absolute Opfer seid, deswegen. Tim, dein Namensvetter, der zweite Kommentar war nicht wirklich so sachlich. Das würde ich jetzt mal vehement abstreiten. Klar, sie hat nicht sachlich reagiert, sollte man trotzdem aber sachlich bleiben. Also ich fand das jetzt überhaupt nicht, das war schon eher ein Angriff. Also ich sehe hier jetzt keine Sachlichkeit in der Hinsicht. Hätte sie eigentlich trotzdem weglassen sollen, er hätte es eigentlich ein bisschen auch gleich lassen sollen, aber gut, es war nicht sachlich. ... beantwortet und sie wieder wow, 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 getroffen, wow, wow, wow. Was kommt der an? Jemand hat diesen sachlichen Kommentar geschrieben, ihre An... Alle Insel, was nicht meine Meinung vertritt, Level von Chuyukur, die ihn RR, die ihn RR. Was ist denn die Bezeichnung für RR? Die ihn die ihn RR als naja, rechts bezeichnet hat, weil er nicht ihre Meinung ist. Das ist wirklich Chuyukurs öftere Vertretung, sobald man nicht ganz weit links ist, habe ich auch so das Gefühl, Gefühl, ich bin nicht bei allen Streams dabei gewesen, deswegen kann ich nichts pauschalisieren, aber das, was ich bis jetzt erlebt habe, würde ich das zustimmen. Antwort, nee, alles Insel, weil das alles Typen sind, ohne Freundinnen, die random Frauen im Netz beleidigen. Aha, also viele waren davon sachlich und haben nicht beleidigt, also von daher, und was ist, wenn es keine Insel ist und nachweislich? Ist es dann eine Meinung, die akzeptiert wird? Das ist auf jeden Fall ein super sachlicher Kommentar, einfach mal alle Männer beleidigen, die kritische Kommentare geschrieben haben, denn die haben nun mal alle keine Freundin. Einen habe ich noch, jemand hat das hier kommentiert, dann hätte ich sie anfangen sollen mit solchen Vorwürfen, so haben wir das Video schon gesehen. Ihre Antwort dazu ist, im Gegensatz zu euch Freizeit-Kevins, habe ich nicht die Zeit, mir von jedem Idioten auf YouTube was anzuschauen, das sind alles am Ende Heuchler und Lüge. Okay, also ein Rechtsanwalt, dass man Heuchler lügt, das ist ja schon sehr optimal, das zu nennen, Freizeit-Kevins, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, warum man uns kein Kevin das schlimmste Name aller Zeiten ist, aber schön, dass man auch trotzdem jeden Mann damit so, ja, runter macht, auf eine oder andere Art, den Kevin macht sie fertig, weil sie Kevin heißen, Freizeit-Kevins, weil die Bedeutung eine andere sein soll, ne, man weiß ja, und von jedem Idioten, also wir sind alle Idioten auf YouTube übrigens, hier Idiot, Seki, hier haben wir Idiot, Kuchentim, Kuchentim, genau, dann haben wir noch Idiot, äh, 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 ähm, LeFloid, Idiot TJ, wir haben Idiot Montana Black, wir haben ganz viele Idioten hier auf YouTube, also ist ja klar, natürlich, übrigens, Shoryoka ist auch noch auf YouTube, also auch Shoryoka-Idiot, nein, sie kann nur die Videos von ihren Lieblingsleuten anschauen, und die sind alle richtig, immer permanent, man kann nicht mal auch irgendwie gegenkritisch sein, man sollte immer alle Seiten betrachten und auch wirklich zu allem kritisch sein, macht das Leben zwar ein bisschen anstrengender, aber manchmal lohnt sich doch moralische, einen moralischen Überwasser zu haben, ne, Lügner, ja, im Gegensatz zu euch Freizeit-Kevins, also auch das wieder, super sachlich geblieben einfach, auf eine Person möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, das hatte ich zwar auch schon in den Cake-News, aber Vollständigkeit halber finde ich das einfach so lustig, dass das hier nochmal mit reinkommen muss, und zwar Kirchow, der hat nämlich den unumstößlichen Beweis gebracht, dass Gurus sie doch belästigt hat, und zwar mit diesem Video hier, Skirchow hat uns alle ziemlich gut manipuliert, er hat den Beweis für Belästigung verhalten, selbst geliefert, ist aber so gut verpackt, und vor dem Abspielen des Clips so stark, so starkes Bild mit Emotionen und Sprache gezeigt, dass man sehr leicht drauf reinfallen kann, wie groß ist denn bitteschön der rote Punkt, Alter, der rote Punkt, der ist so riesig, macht den noch ein bisschen größer, da hat man auch ihr Gesicht fokussiert, what the fuck, also komm, das kann man auch wirklich, äh, unlogischer betrachten, das ist wirklich kein Beweis, und übrigens, es geht ja gar nicht um diesen Vorfall, ne, das kam ja dann später eigentlich noch raus, nachdem Shoyoka darauf ein Statement gegeben hat auf Twitter, übrigens hatte ich auch da eine Diskussion gehabt, ja, hey, woher weißt du denn, dass es nicht um diese Szene geht, ich so, hier, hab dann so ein Snippet gemacht von dem Shoyoka-Text, ja, wo ist die Quelle, ich so, okay, hier, Shoyoka-Channel, also ihr habt extra ihr Channel dann kopiert, nachdem ich, also ich hab extra sogar den Tweet rausgesucht, ich musste extra einen Account wechseln, weil ich ja gesperrt bin bei ihr, und hab dann rausgesucht, hab dann den da hinzugefügt, dann kommt er, kommt er dann zu mir, ja, wenn ich jetzt die Doktortei schreiben würde und Shoyoka ist Kinder, dann, dann ist es glaubwürdiger, als was das Shoyoka sagt, oder wie, also er hat das sehr, sehr, sehr seltsam verpackt und ich so, Alter, das hat Shoyoka selber verfasst, natürlich glaube ich ja das mehr als ein Video, das zwei Tage vorher kam, also manche, also manche Leute auf Twitter, die, die, wenn du nicht mit Emotionen klarkommst, dann, dann kriegst du hier Bluthochdruck bei Twitter Beef, safe, hundertprozentig, da denkst du auch so, nein, 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 übrigens, äh, dieses Wackel von Tilted, also kleiner Witz, kommt wahrscheinlich daher, oh scheiße, noch ein Kommentar, oh Gott, das sind Idioten, noch ein Kommentar auf Twitter, nein, warum, hundertprozentig kam das daher. Also erstmal finde ich es super lustig, dass er sich hier zum Klauen macht, aber diese Zirkusmusik einfach eingeblendet hat, aber er hat auch noch dazu getwittert, dass es auf jeden Fall der Unumstieg Der Vorwurfsgurz, habe Schoyoka in Dekoté gefilmt, ist einwandfrei bewiesen und übrigens auch, dass man einen Selfie-Stick sehr wohl gerade halten kann. Wie man der Sequenz danach entnehmen kann, ja, er hat auch eine kurze Zeit daran gehalten, bis dann die Leute dazu kamen und wieder hoch gehalten, weil der dann mehr wieder im Bild hat, übrigens, was auch standardmäßig so ist, wenn man Selfie-Stick hat, weiter oben halten, Er war sogar so lieb und hat das dann runtergehalten, in dem Fall ist es doch absolut in Ordnung gewesen. Hat auch keiner was dagegen gesagt, nicht mal Schoyoka, seltsam, ne? Empfehlung, ruhig mal ein paar Wochen Twitter verlassen. Beruhigt ungemein. Ich habe doch erst angefangen, lass doch meinen Puls wenigstens in der Ruhe auf 180 kommen, bitte. Ach, komm schon. Mann. Ich wollte auch eigentlich mal ein bisschen mehr höheren Puls haben, als mein Konto, die schwarze Zahlen hat. Komm schon, bitte. Der stößliche Beweis ist, dass er sie auf jeden Fall belästigt hat. Und das hatte ich ja auch schon im Freiraum-Re-Video. Schoyoka selber hat in ihrem Statement gesagt, dass es nicht um diese Situation ging. Also, Schoyoka hat diese Situation nicht mal kritisiert. Das war für sie anscheinend komplett in Ordnung. Warum versucht diese Bubble dann alles Mögliche, um diese Situation als Belästigung hinzustellen, obwohl das potenzielle Opfer selber sagt, dass es da gar nicht passiert ist? Weil die nicht gut genug informiert sind oder weil sie vehement alles verteidigen wollen. Alles. Ich blicke das nicht. Also wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen. Übrigens, die meine ich nur die Auserwählten, die jetzt gerade im Video gezeigt worden sind. Das gilt nicht für alle. Immer noch. Schoyoka selber sagt doch, dass da alles in Ordnung ist. Leute, bitte, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Was kann ich abschließend dazu sagen? Also, momentan auf Twitter unterwegs zu sein, ist wirklich einfach lustig, bis zum geht nicht mehr. Weil diese Bubble strotzt wirklich vor Dummheit. Man kann, man kann dazu nicht viel sagen. Es geht einfach nicht. Naja, wie gesagt, ansonsten, ja, gönnt euch Gönnergy. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Ich habe kein Gönnergy erhalten. Ich habe extra gesagt, Moin. Das war ja, glaube ich, die Aufforderung von Monte. Ja, einfach Moin zu schreiben auf Twitter und dann kriegst du ein Gönnergy, wenn du Glück hast. Ja, ich bin Schwabe, ich schreibe auch Moin. Als Schwabe. Ist egal. Mach ich. Aber was meint ihr gerade zu dieser Thematik? Ich meine, habe ich zwar hundertmal gefragt, aber habt ihr schon irgendwas Neues? Also habt ihr vielleicht schon einen Meinungswechsel gehabt? Oder seid ihr einfach nur gespannt auf den 24.7.? Da ist Shoyoka wieder zurück wohl? Dann gab es extra einen schönen Screenshot aus ihrem Discord-Channel, dass sie da wieder zurückkehrt als Streamer. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob dann auch gleich Statements kommt oder ob sie das erstmal beiseite lässt. Im besten Fall endet dann die ganze Sache damit. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall eskaliert das Ganze noch mehr. Und ja, im schlimmsten Fall. Ich sage es trotzdem, weil ja, es bringt mir zwar irgendwie eine gewisse Art von Vorteile, finde es aber trotzdem nicht angenehm, wenn das halt unnötig Leiden erschafft. Ernsthaft, ja. Was soll man sagen? Ich gönne mir jetzt erstmal Prokorn. Haut rein. Ok. Vielen Dank.